Das hier ist ein Demo-Video für 3D-Tracking in 360 Grad Videos. Und wie du sowas in der Winchi Resolve erstellst, zeige ich dir in einem Tutorial. Falls es schon draußen ist, ist es im obersten Kommentar angepinnt. Ansonsten muss ich sagen, ich habe hier mich selbst nur mit Magic Mask ausgeschnitten, also ist mein Rotoscoping nicht das Beste. Aber um diesen 3D-Look zu bekommen, reicht es erstmal aus. Schau dir doch mal einfach die Rückseite an.